Reif für eine DAO. MemeCoin Shiba Inu lässt Anleger abstimmen. Das MemeCoin-Projekt Shiba Inu hat den Start einer DAO angekündigt, bei der jeder Tokeninhaber Stimmrechte erhält. Mitglieder können über Projektausgaben abstimmen, unabhängig von der Größe ihres Anteils. Die DAO gliedert sich in einen Charity Council und ein Culture & Heritage Council, die verschiedene Projekte unterstützen. Ein Fokus liegt auf der Integration in alltägliche Transaktionen durch Partnerschaften mit verschiedenen Branchen. Die DAO ist noch nicht vollständig implementiert und ein genauer Termin wurde noch nicht genannt. Shiba Inu, ursprünglich als Scherz entstanden, hat sich zu einer bedeutenden Größe am Markt entwickelt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.